Herzlich willkommen zu Maltes Mulle Talk mit Mulle! Mulle! Die liegt schon wieder auf dem Sofa und pennt, die faule Sau! Ja, dreht ihn mal schön um. Heute geht es um Fernbedienung. Fernbedienung für Ventilatoren. Geht? Geht so viel aus? Astrain, was will man mehr? So, das war es auch schon. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal bei Mulle Talk mit Mulle und Mike.